und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play the division in der letzten folge hatten wir hier diesen kleinen lebeneinsatz gemacht und ich würde sagen jetzt hauen wir erstmal hier wieder ab aus der kalidisation und hier war noch direkt ein kampf um die ecke dann würde ich sagen was mit denen auch noch machen und dann würde ich sagen bauen wir erstmal unseren tech flügel weiter aus weil mittlerweile haben wir so viele ressourcen dafür gesammelt das sollte sich auf jeden fall lohnen mittlerweile also würde ich sagen jetzt gucken was haben wir hier noch acht hat echo letztes mal auch schon gemacht haben wir schon ich sehe da wird na komm zeig dich zeig dich und weg ist er aber mittlerweile ist hier auch wieder komplett nacht ich spiele lieber wenn es tag ist da sehe ich wieder was dürfte auch schon die mission sein da ist noch einer treffe ich von hier nicht so ach ist wieder kisten schleppen angesagt also natürlich die werkzeuge wieder mit so wo sind denn die gegner hat da ich höre hier in der ecke auch noch irgendwo ein ja lass mich jetzt erst mal hier latschen bitte da ich da ich da da ich da da ich da ich 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 das ist da ich da ich ist da ich der ist ja auch relativ länger im unterwegs er hat ja zeit zu zweit erholen manchmal gehen die mehr wo sind die denn jetzt müssen sie den frücken wieder schreien jetzt soll ich mich auch hier bei euch verstecken mal zu ernst oder und hier vorne bist du schon ja dann nehmen wir eine runde sterben das wäre damit auch wieder erledigt wieder 60 gröder für die und somit haben jetzt auch hier alles freigeschaltet richtig geil das ist hier können wir uns dann auch bald auf eine sammeltour begeben jetzt will ich aber erst mal ich höre da liegt sie wahrscheinlich aufs haus gefallen ein paar cleaners und die noch mal ärgern hier kommt 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 so groß sind wir kommen da jetzt hoch das ist natürlich jetzt die frage das sieht doch schon mal gut aus sondern hier dürfte sie auch irgendwo abgestürzt sein da liegt sie so was haben wir denn hier schönes aufklärungs daten ist da und wo war denn auf das ist nur zwei na ok wenn wir die jtf massengräber anlegt ja warum nicht so dann haben wir jetzt hier noch eine ecke da ist jetzt mal zu safe aus zurück natürlich jetzt hier alles nebensitz gemacht dann können wir erst mal wieder mission abgeben ja das war doof da haben wir noch ein kilometer also auch relativ um die ecke gehen aber erstmal hier noch einmal reingucken weil hier sind noch Sachen zum einsammeln brauchen wir nicht hier noch irgendwie was brauchen wir nicht hier noch irgendwie was hier ist noch eine tasche hier ist noch eine tasche ah die brauchen wir sind ah im wasser cool ist ein geräusch Das ist wieder ein anderer Distrikt um die Ecke. Sind wir dann hier? Ach, das wäre also der nächste Distrikt, den wir... Ah, okay, alles klar. Aber wir wollten ja... Erstmal zurück zum Safehouse. Konnichiwa. Wie, jetzt will er uns da echt durchschicken? Na gut, gehen wir da mal durch. Hier waren wir so noch nicht. Guck, guck. Haben wir jetzt überhaupt den richtigen, richtigen Safehouse angeklickt? Ja, haben wir. Okay. Nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Ja, hier laufen genug gefährliche Irre rum. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Christmas Market. Cool. So, irgendwo soll ich hier... Oh, ich sehe noch Telefonaufzeichnung. Guck mal hier beiden. Oh, fuck. Das war die falsche. Achso, sind down, okay. Aber irgendwo ist hier noch einer. Da. So, ich will jetzt aber erstmal... Telefonaufzeichnung haben. Die sollte wahrscheinlich hier die Straße rein sein. Scheinbar hat sich mit dem Virus, die ohnehin kommen. Oh, nein, ich habe keine Muni mehr. Fuck. Jetzt wieder, ja, wieder 72 Schuss. Das reicht jetzt mal. Ja, man sollte vielleicht noch mal ein bisschen aufpassen und auf seine Muni achten. Was ist denn das? Oh, ich wollte es hier eine Bombe. Oh, ich will jetzt mal ein bisschen aufpassen. Das ist wie bei dem Hurricane. Sharon und ich verlassen die Stadt und wir wollen vorbeikommen und dich abholen. Jetzt fang an zu packen. Sharon hilft dir, wenn wir da sind. Hey, ich liebe dich, Mom. Ich liebe dich auch, Anthony. Ja, was war das gerade irgendwie? So ein Opfertisch oder sowas? Immer diese Bomben hier, ey. Oh, und jetzt ist der Telefon und Zeichnung. Dad? Clara? Was ist denn? Ich habe auf jemanden geschossen. Er bewegt sich nicht. Ich glaube, er ist tot. Wo bist du? Bist du okay? Nein. Bist du verlässt? Hat er dir wehgetan? Er war im Laden. Ich hatte meine Waffe, wie du gesagt hast. Und er war in der Apotheke auf der vierten und hat mich angebrüllt und geschopft. Und er... Geht's dir gut? Hat jemand gewählt? Komm nach Hause, Clara. Komm sofort nach Hause. Okay. Ich bin okay. Ich habe die Griffe fehlen, Dank. Ich habe auch das Spray. Ich komme. So, wo wird es eigentlich? Da gibt's doch bestimmt noch ein paar Werkzeuge. So, schön alles mitnehmen. Da ist noch eins. So. So, hier hätten wir die nächste Telefonaufzeichnung. Ist ja echt einiges. Ist alles auf dem Weg mitnehmen können. Na, der wird wahrscheinlich unten sein. Na, runter. Nicht hoch. Los, runter mit dir. John, wo seid ihr? Wir sind direkt am Tor. Die Nationalgarde lässt seit einer halben Stunde keinen mehr durch. Die Leute streiten mit den Wachen. Scheiße, jemand hat einen Stein geworfen. Es wird ungemütlich. Wo bist du? Wir sind eine Meile hinter euch. Nicht rührt sich. Die Leute streiten aus und gehen zu Fuß. Was ist los bei euch? John! Sie haben einen erschossen! Linda, runter! Sie... Ah! John! John! Hallo! Ich muss ja schon sagen, so die Telefonaufzeichnung, die werden dann doch immer... Wow! Was war das? Hm, das ist ja gut von los. Was schießt denn der da? Was schießt denn der da? Zwei Schuss habe ich noch. Achso, das sind Zivilisten, alles klar. So, dann wären wir schon fast Level 17. Meine Hüte, das geht ja richtig rund hier. Moment, wo ist er denn? Achso, haben wir schon. Ja, ein paar Level drüber hier. Ich räume nur ein bisschen auf. Dankeschön. Ich bin am Ende. Ah, hier ist noch eine Telefonaufzeichnung. Jetzt ist die Frage, wie wir da reinkommen. Das Ausschießen? Ja, vielleicht. Dann liegen wir hinten rum. Das würde man sagen, die sammeln wir später mal ein. Wir wollen jetzt natürlich erstmal zum Safe aus. Können wir hier mal den Nebeneinsatz abgeben können. Und wahrscheinlich dann auch Level 17 sind. Wir treten eines sicheren Bereichs. Gute Arbeit, Agent. Das haben Sie wirklich gut hinbekommen. Und das ohne in Schwitzen zu geraten. Ja, Level 17. Ja gut, das Spiel ist abgekackt. Dann würde ich sagen, wir beenden hiermit die Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020